Ich habe den großen Vorteil, dass ich Geschmack denken kann, weil ich einfach Süßes liebe. Am meisten an meinem Beruf liebe ich eigentlich die krasse Kreativität, dass aus so einfachen Zutaten so unendliche Varianten entstehen. Wenn ich sage, ich habe jetzt eine Hochzeitstorte, das ist in dem Fall für das Paar der Anlass des Lebens oft und da sollte man dann schon irgendwie, ja, nicht nervös werden. Für mich ist eigentlich der größte Vorteil vom Handwerk, dass einfach was Fertiges da ist, also wirklich was Haptisches. Ich fotografiere gerne meine Sachen. Ich freue mich natürlich, wenn ich in der Stadt wirklich angesprochen werde. Mai, wir kennen uns nicht persönlich, aber ich folge dir auf Instagram und ich finde es mega schön, was du machst. Ich bin erfüllter in meinem Dasein einfach. Ich habe ein Unternehmen, das ist schon krass. Mir ist das Wichtigste, dass ich mir keine Regeln vorab setze. Ich gehe in den Flow, ich lasse mich drauf ein. Wenn es leicht ist und Spaß macht und wenn man die Zeit vergisst dabei, dann ist glaube ich Traumberuf. Für meine kleine Tochter ist das so schön, weil sie sagt, wir machen Torte backen. Jeder weiß, was ich für einen Beruf habe und jeder freut sich sofort. Ich bin die Laura Schönberger. Wir sind hier in Regensburg in meiner Backstube Heavens Taste. Geht her. Wir sind hier dabei wie Coco shoes. Ich weiß nicht, dass ich was weiß. Es hilft, esείglichen Ekpielengnen! Wie es hilft, es he sillgобщen narratives! MDR 2021 Wohnen und pausen caught Gravity Untertitelung des ZDF, 2020